Mit dem Colomatic Scheinwerfer Glasichtset können Sie kostengünstig und ohne großen Aufwand vergilbte und matte Kunststoffgläser von Scheinwerfern wieder auf Hochglanz bringen. Vor dem Schleifen muss der angrenzende Lack mit Klebeband geschützt werden. Mit viel Wasser, dem beiliegenden Schwamm und dem Schleifpapier mit der Körnung P800 wird nun die trübe Schicht abgeschliffen. Die perfekte Klarheit der Kunststoffscheibe erhalten Sie durch weiteres Abschleifen mit viel Wasser und dem für den Feinschliff notwendigen Schleifpapier der Körnung P2000, das auch in Ihrem Set enthalten ist. Mit kreisförmigen Bewegungen und leichtem Druck muss die ganze Abdeckung gleichmäßig geschliffen werden. Danach sorgfältig das Schleifwasser mit einem Tuch abwischen und das Klebeband entfernen. Als nächster Schritt wird die Kunststoffoberfläche gründlich mit dem Colomatic Kunststoffreiniger und einem fusselfreien Tuch gereinigt, um Fett und Silikon sowie verbliebene Schleifpartikel zu entfernen. Im feuchten Zustand erscheint die abgeschliffene Oberfläche des Kunststoffglases schon sehr klar. Wenn der Reiniger allerdings verdunstet ist, prüben die Schleifspuren wieder das Glas. Jetzt muss sorgfältig abgeklebt werden, um die umliegenden Karosserieteile vor Sprühnebel zu schützen. Wie hier zu sehen auch unter der Motorhaube und sehr großflächig die Seiten- und Frontpartien. Damit der später aufzutragende Klarlack gut haftet und optimal gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse schützen kann, muss vor dem Lackieren eine Kunststoffgrundierung aufgetragen werden. Der im Set enthaltene Zwei-Komponenten-Klarlack ist wesentlich belastbarer und beständiger als ein Ein-Komponenten-Produkt. Zur Vermischung des Härters mit dem Lack den Deckel am Dosenboden abnehmen und den dort befindlichen Ring durch das Loch des Stiftes führen. Mit dem Ring den Stift kräftig nach unten ziehen und mindestens einmal um 360 Grad drehen. Jetzt ist die Kartusche im Inneren geöffnet und der Härter kann sich mit dem Wirkstoff vermischen. Dazu schütteln Sie die Dose kräftig ca. 2 Minuten lang. Der Spraymaster erleichtert einen gleichmäßigen Lackauftrag. Mit gleichmäßigen Bewegungen die erste dünne Lackschicht aufsprühen und ca. 4-5 Minuten trocknen lassen. Anschließend eine zweite Schicht satt aufsprühen. Die Kunststoffgläser Ihrer Scheinwerfer sehen nun aus wie neu und sind dazu noch hervorragend geschützt. Das Scheinwerferglasichtset von Colomatic enthält alle erforderlichen Produkte in bester Profi-Qualität. Es ermöglicht die kostengünstige und schnelle Instanzsetzung von Kunststoffscheinwerfergläsern und sorgt für gute Sicht.